so ich probiere noch mal ein paar nicht so standard spiele Diamonds und Dragons Komm, hau mal was raus ach ja Leute schauen auf was kommt ein paar Bonusspiele werden wir nicht so komm klatsch mal ein bisschen was raus unterhalte mich mal und schade ich hoffe der haut mal was raus hier so ich mach mal kurz einen Break und schauen ob es jetzt ein bisschen leiser ist ach komm nicht nur ein Bonuss mal rutschen soozi japan wir sind b ist oder Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Na gut, dann bis später. Oder? Kommt noch was? Risiko und weg. So, bis gleich. Und machen wir erstmal was Standardmäßiges. Machen wir mal mit Megaspace in Verbindung. Turbobuf möglich. Mal schauen, ob was kommt. Mal schauen. Was ist das? Ich mache noch mal kurz einen Break, bis gleich. So, schauen wir mal weiter. Geht doch. Ja, schon mal cool. Schöne Doppelreihe. Macht er direkt einen Durchmarsch. Ja, tatsächlich. Schöne Doppelreihe. 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 Das war's. Das war's. Gefühlt passiert da nicht mehr viel, ich mach mal was anderes. Ich probier nochmal ein Turmspiel, was ich auch noch nicht wirklich gespielt hab. Ich mach aber auch Promo Space. Mach ich auch mal auf 30 Cent, hat auch recht hohe Türme. Mal schauen, wie das Spiel funktioniert. Oh, die werden aber schnell voll, die Türme. So. Komm. So, ich hoffe, er hat noch was raus. Ich muss nochmal kurz einen Break machen. So, schauen wir mal weiter. So. 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 So wie ein Black Hole, würde ich sagen. Nur mit mehr Gewinnlinien. Na komm. Okay, 11 Euro im Cashboard drin. Ja gut, hier hatten wir ja eine Chance mal oben, mal was zu erreichen. Schade. Gehen wir mal auf 40 Cent. Ein paar Runden noch. Ich mach was anderes Leute. Das ist doch sehr scary.